Es wird, und bevor ich auch noch Yonda heute rendere, ich muss auch noch die Endcard optimieren, denn ich unterstütze ja jemanden. Und dem habe ich versprochen, sein Profil in die Endcard zu werfen. Äh, pass mal auf, die dreh ich auch mal. Ich hab da nämlich ne Vermutung. Huch! Kit! Das war ein komplizierter Weg, um mich zu finden. Aber jetzt hast du mich gefunden. Also was stehen wir hier noch rum? Lass uns gehen. Kit, wer bist du denn? Kollege. Kit, komm her. Kit ist ein Geist, der keine Pausen mag. Alles klar. Das war jetzt reiner Zufall. Ohne Witz. Ah, was? 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 Gib Gegenstand. Oh, wir können Eichhörnchen thämen. Wir können Eichhörnchen thämen. Boah, ich will ein Eichhörnchen haben. Das wäre noch geil, wenn in irgendeiner Sequenz irgendwann mal hier dieses ganze Monument bis nach da drüben dann steht. Boah, das wäre so Hammer. Aber ich glaube, das ist nicht in dem Spiel drin, ob es ein Yonder 2 geben wird. Da halte ich auf alle Fälle die Eutlein und Ohren auf. Oh, wir können nichts mehr pflanzen. Okay. Da müssten wir irgendwann mal bei Gelegenheit auch wieder ein bisschen Gras sammeln. So, wir brauchen Steine immer noch. Wir brauchen immer noch Steine. Immer noch Steine. Wir brauchen immer noch Steine. Zwei Säulen brauchen wir noch. Dann haben wir es geschafft. Dann habe ich es auch für die Aufnahme geschafft. Zack. Vielleicht mache ich das dann mal so. Ich weiß nicht, je nachdem wie die Zeit ist. Boah, Schluck auf. Das gibt es ja nicht. So. Wie viel haben wir denn noch? Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen eigentlich nur noch einen Scheitelstein. Okay, also nochmal nochmal drei Kopfsteine. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Den Scheitelstein. Nochmal ein Konstrukteurset. Den Scheitelstein. Einmal Mörtel. Einmal Konstruktion. Und noch eine Säule. Jawohl. Läuft doch. So, wir brauchen das hier. Wir brauchen noch einen Scheitelstein. Können wir uns den leisten? Eins. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. So. Nochmal Mörtel. Ah, uns fehlen echt vier Steine. Kacke. Aber die kriegen wir. Und da brauchen wir selbst eigentlich auch nochmal 15 Steine. Mörtelstein. Puh. Puh. Ey, macht mich fertig. Ich baume echt bald eine Mine. So, jetzt haben wir die Macht, die Steinsäule zu bauen. Und wenn ich bedenke, der Aufwand jetzt hier gerade für die Scheiße, kannst du echt knicken. Kannst du einfach echt knicken. Ach ne, was mach ich denn da? Den wollte ich. Steinsäule. Die sechste Säule. Wir brauchen jetzt nur noch 10 Steine. Und dann haben wir es. Nein, nicht absaufen. Sauf nicht ab. Oh, Gott sei Dank. Oh, Gott sei Dank. Hat sie überlebt. Da ist Düsternis. Die können wir vielleicht auch noch entfernen. Sag mir nicht, dass es noch eine Brücke, die wir da bauen sollten, müssen. Katze! Ist sie hier? Ne, ist ein Stein. Käthi? Ich hab sie hier gehört. Wo ist sie? Ich hab sie links gehört. Da ist sie. Ne, ist eine Blume. Sie sah eben aus wie eine Katze. Da ist sie. Sunderwild... Was? Sunderwindwildnis... Wildnis... Ist nichts übrig? Boah. Noch mehr Katzen. So, weg damit. Boah, 17 von 16 Geister. Wir haben Glück gehabt. Und es ist noch eine Brücke. Yeah. Eine Hängebrücke aber zum Glück. Planken und Zwirren. Das kriegen wir hin. Das ist jetzt nicht so schlimm. Noch eine Katze. An einem Ort? Wo ist sie? Die ist ganz in der Nähe. Die ist ganz in der Nähe. Da ist sie. Boah, die sieht man auch kaum, ey. Boah, die sieht man echt fast gar nicht. Dadurch, dass die auszugrün sind, dann wackeln die ganzen Blätter hier auch noch durch die Gegend. Oh, Leute, wir haben es geschafft. Wir haben die Steinbrücke gebaut. Gleich. Jetzt ab, zurück. Aber schnell. Aber ganz flott. So, machen wir die Düsternis hier auch nochmal weg. So, wusch. Düsternis entfernt. Zwei, vier. Die ist wieder hier ganz in der Nähe. Aber ich sehe sie nicht. Oh, ich bin gerade drüber gelaufen. Da ist sie. Oh. Ich bin ein Fuchs. Alter, drei Katzen auf so einem kurzen, auf so einem kleinen Gebiet. Können wir den Teleporter da oben nutzen? Oh, wir sind fast direkt, wir sind sogar direkt da. Das ist ja geil. Wir müssen, glaube ich, nur nochmal trotzdem einen kleinen Umweg laufen. Damit wir auf die Seite kommen, wo wir bauen können. Was ist eigentlich hier drüben? Hier hat noch irgendjemand eine Quest für uns. Wer bist du denn? Was möchtest du denn? Nein, das ist es nicht. Da drunten ist es auch nicht. Oh, hallo, Junge. Hilf, Opa, mal. Hast du meinen Bambex gesehen? Es ist klein, braun und, äh, bambexig. Frisst gern Lianen. Hat große Hörner. Katze. Ich hab... Hab ich? Keine Ahnung. Aber eine Truhe. Braunes Shampoo. Hey. Oh. Nein. Liane. Komm mit. Hier, Opa, such dich. Jawohl. Ein schönes Bambex hast du da, Kleiner. Sieht aus wie ein Bambex. Lass mal sehen. Ja, ja, ja. Nein. Ja, nein. Das ist nicht mein Bambex. Seine Hufe glänzen zu sehr. Nicht aufgeben, Kleiner. Ich bin sicher, diesmal findest du es. Oh, wir müssen noch ein Spezielles finden, okay. Warte mal, irgendwo, wo ist denn der Stein der Weisheit? Da hinten. Da hinten. Da hinten. Schade, das wäre auch zu einfach gewesen. Seine Hufe glänzen zu sehr, aber das kann man... Wie kann man denn das erkennen, Mensch? Egal. Ich muss bauen. Ich muss diese verdammte Steinbrücke jetzt bauen. Es werden immer mehr Quests. Das hört nicht auf. Hier können wir easy rüber. Vielleicht können wir dann auch noch einen Bambex zu dem Stein, weißen Stein da bringen. Äh, Stein der Weißen. Weil so kriegen wir... Oh, sieht das geil aus. Weil so kriegen wir dann noch hier den Schnellreisepunkt fertig. Haben wir einen Bambex zufällig jetzt gerade hier da. Er ist eins. Wunderbar. Das bringen wir auch gleich. So, dann kommen wir mit, mein Kleiner. Na komm. Du bist mein Quizgegenstand. Der Pfad ist offen. Jawoll. Dankeschön. Tschüss. Oh, Ton. Ah, abgesoffen. Nein, er teilt... Oh, Mann. Teleporte mich doch auf die andere Seite, du Sack. Na gut. Na gut. Dann müssen wir halt ein bisschen laufen. Was willst du eigentlich? Gib mir fünf Fisch. Und ich gebe dir etwas Tolles dafür. Ich meine, schade, da haben wir nur zwei. Na gut. Ich kriege von dem Sack nur eine Münze. Mir ist das nicht. Ich muss echt ganz außen rumlaufen. Ich... Ich kack im Dreieck. Vorm Kacken. Kennt ihr das? So, so, so. Immer gleich, haben wir gleich, haben wir gleich, haben wir gleich. Ja, wir haben die Steinbrücke. Oh, ey. Was ein Akt für eine Brücke. Oh, wir haben es geschafft. So. Ich würde jetzt doch noch ganz gerne dem Alten so einen Bandex bringen. Oder ist halt die Frage, was ist das Richtige? Wenn der Herr da wirklich so große Vorstellungen hat. Ich habe schon gedacht, ah ja, so eine Mini-Quest nebenbei. Okay, easy. Aber Puste gucken. Ich will mal gerade gucken, die andere Quest mit der Brücke. Ist das die? Da brauchen wir noch mehr. Oh. Da brauchen wir noch mehr Ton und Steine. Nee, Alter. Das machen wir in der über, über, übernächsten Aufnahmesession, glaube ich. Bist du das Bandex, was er sucht? Ist halt die Frage, welches suchst du, Mom? Ja, war klar. Wir haben hier ganz viele. Haben wir hier eventuell eins mit schwarzen Hufen oder irgendwie sowas. Das kann man doch gar nicht feststellen. Wie soll ich denn jetzt feststellen, welches ihm gehört? Ja, komm, wir haben ja erstmal genug Lian. Komm mal mit, Böhrchen. Komm mal mit. Komm mal mit. Zetern gucken. Nein, eine Wolke. Die aussieht wie ein Fisch. Leder Unterhosen. Nein, das ist es nicht. Hallo. Oh, ein Bambex. Genau danach suche ich. Lass mal sehen. Ja, ja, ja. Nein. Ja. Nein. Das ist nicht mein Bambex. Seine Hörner sind zu spitz. Nicht aufgeben, Kleiner. Ich bin sicher, diesmal findest du es. Am Ende ist es kein Bambex. Die Viecher sehen doch alle gleich aus. Komm, das ist am weitesten entfernt. Komm, alle guten Dinge sind drei. Komm. Punkt 6 Uhr, die Sonne geht da rauf. Ach, jetzt kommen beide mit, oder was? Okay. So, ich hab jetzt zwei. Mal gucken, ob das klappt. Wusstest du das Bambex zählen können? Nein, 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 nein. Nein, warte. Das ist mein Bambex. Sein Fell ist so weich. Danke, Kleiner. Ich liebe meinen Bambex. Hier hast du Lederwamps. Und eine pelzgefütterte Hose. Oh. Errungenschaft, das ist mein Bambex. Klasse. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Wir hatten doch da noch die Quest der Alten da hier, ähm. Die modische Vogelscheuche. Der Schrein. Repariere, suche nach Arcadia. Wo war denn die alte? Die saß doch an einem Baum im Lagerfeuer. Die suche ich. Weil wir jetzt so pelzgefütterte Sachen haben. Und die braucht doch was Warmes. Die Frau hat doch was Warmes gebraucht. Verdammt, wo war das? Aufgabe Glow. Rump. Das müsste Glow sein. Wir gehen mal schnell gucken, aber dann mache ich wirklich fertig. Dann reicht's heute. Zwei Stunden 30 Stream. Ich habe, ich glaube, sechs oder sieben Folgen Yonder. Das reicht mir vorerst. Und dann setze ich mich gleich ans Rendering, dass ich eventuell morgen, wenn ich die Zeit dafür habe, Black Desert aufzunehmen. Und dann reicht das auch erstmal. Dann wird wieder gerendert, gerendert, gerendert. Und so weiter. Da ist die Dame. Ich hoffe, das funktioniert. Das wäre jetzt klasse. Ja, 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 ja. Ne. Oh, schade. Na gut. Ist was. Dann stellen wir uns wenigstens zu ihr. So, kriegt man das Lagerfeuer vielleicht noch im Bild. Ja. So, damit sage ich erstmal auf YouTube. Tschüss. Ich winke, man sieht mich nicht. Das ist klasse. Also, erstmal auf YouTube noch einen schönen Abend. Im Anschluss, wenn ich es schaffe, je nachdem, wie ich halt rendere und hochlade, kommt jetzt noch gleich Black Desert. Schaust dir an. Und auch auf die Person in der Endcard, ne. Schön draufklicken und unterstützen. Damit auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.